Deutschland, Genies, Forscher, Erfinder, Vorbilder in Wissenschaft und Technik, Werner Forßmann, der Herzkatheter. Eine besondere Widmung. Diesen Vortrag widme ich unserem Sohn Helge Hans-Alexi, der als junger Kardiologe die Technik des Herzkatheters erlernt und inzwischen damit vielen Patienten das Leben gerettet hat. Zum Prolog. Liebe Interessierte und Freunde, ich will in diesen kurzen Vorträgen die goldene Seite der Deutschen Medaille zeigen und pflegen, weil sie heute wenig bekannt ist und auch wenig vermittelt wird. Bis 1914 waren wir weltweit bekannt und bewundert als »Das Volk der Dichter und Denker«. Ich stelle in alphabetischer Reihenfolge einige vorbildhafte Persönlichkeiten aus den Naturwissenschaften und der Technik vor. Ihre Biografie, Ihre Arbeit und die Folgen daraus werden kurz skizziert. Wissenswertes aus Naturwissenschaften und Technik möchte ich näher bringen. Dr. Hans-Jürgen Alexi Hier als Hintergrundbild die Nobelpreisurkunde der drei Geehrten Courmont, Forßmann und Richards aus dem Jahr 1956. Hier ist das Inhaltsverzeichnis als Übersicht zur Dokumentation und zum Nachlesen. Ich habe 63 Personen ausgewählt und alphabetisch geordnet von Albertus Magnus bis Konrad Zuse. Werner Forßmann, der Herzkatheter, zunächst zur Biografie Werner Forßmann wurde am 29. August 1904 in Berlin geboren und starb am 1. Juni 1979 in Schopfheim bei Lörrach in Baden-Württemberg mit 75 Jahren. Er war das einzige Kind des Juristen Julius Forßmann und seiner Frau Emmy, eine geborene Hindenberg. Die Familie des Vaters stammte ursprünglich aus Finnland, die der Mutter aus Preußen. Der Vater fiel im Ersten Weltkrieg 1916, als der Sohn erst zwölf Jahre alt war. Nach dem Gymnasium in Berlin-Tempelhof studierte Werner Forßmann in Berlin Medizin mit besonderem Interesse an kardiologischer Diagnostik und promovierte dort 1929. Er arbeitete als junger Arzt an verschiedenen Krankenhäusern und bei berühmten Chefärzten in Berlin, Spandau und Eberswalde chirurgisch und urologisch. Im Krankenhaus Eberswalde in Brandenburg führte er seine berühmt gewordenen Herzkatheteruntersuchungen durch. Es ist kaum zu glauben, bereits 1831 wurde eine Linksherzkatheteruntersuchung von Johann Friedrich Diefenbach 1792 bis 1847 beschrieben, einem deutschen Chirurgen, der als Wegbereiter der plastischen Chirurgie gilt. Genauere Daten dazu konnte ich allerdings nicht entnehmen. Werner Forßmann bezog sich bewusst auf Herzkatheterversuche des französischen Tierarztes Jean-Baptiste Ojuste Chauveau 1827 bis 1917 und seines erfinderischen Partners Etienne-Jules Marais 1830 bis 1904 an Haustieren, an Pferden und Hunden zur genauen Diagnostik der Herzfunktion. Forßmann selber führte Katheterversuche bei Autopsien durch. Im Frühjahr 1929 führte Werner Forßmann im Krankenhaus Eberswalde die entscheidenden Versuche durch. Er schob sich im Beisein einer Chirurgie-Schwester einen sterilisierten Blasenkatheter aus Kautschuk unter Durchleuchtungssicht von einer Vene des linken Armes bis zum rechten Herzvorhof und dokumentierte dies auch durch ein Röntgenbild. Auch an einer schwer kranken Patientin führte er einen technisch erfolgreichen Herzkatheter durch. Diese Publikationen und seine Vorträge fanden aber wenig Beachtung in der medizinischen Fachwelt. Sein neuer Chef an der Charité, Professor Sauerbruch, der König der deutschen Chirurgen, urteilte, mit solchen Kunststücken habilitiert man sich in einem Zirkus und nicht an einer anständigen deutschen Klinik und entließ ihn wieder. Forßmann befasste sich erneut in Eberswalde und auch in Neukölln mit Kontrastdarstellungen des Herzens über den Katheter an Tieren und auch an sich selbst. Damit konnte er zumindest die Möglichkeit der Kontrastmittelgabe im Herzen und ihre relative Ungefährlichkeit aufzeigen. Verwertbare Röntgenbilder wurden aber nicht an ihm, sondern leider nur an Tieren erstellt. Seine Arbeiten wurden erneut wenig beachtet. Er arbeitete in der Folgezeit in Mainz, Dresden und Berlin-Muabit als Urologe und Chirurg. Während des Krieges war Werner Forßmann Sanitätsoffizier an mehreren Abschnitten und zuletzt chirurgischer Leiter des Lazarettes Neuropin bis 1945. Eine solche militärärztliche Tätigkeit ist nicht zu beanstanden, wenn kein Fehlverhalten vorliegt. Er war seit 1932 NSDAP-Mitglied, behandelte aber zum Beispiel 1938 trotz Verboten auch verletzte Juden nach den Pogromen, was zu Konflikten mit der Partei führte. Zu dieser Zeit bestehen wenig neutrale Quellen. Das meiste beruht auf seiner Autobiografie und ist daher kritisch zu betrachten und zu würdigen. Nach dem bisherigen Kenntnisstand ist aber kein persönliches Fehlverhalten bekannt. Nach amerikanischer Gefangenschaft und sogenannter Entnazifizierung hatte er mehrere Jahre Berufsverbot, da er Parteimitglied war. Ab 1950 arbeitete er erneut als Facharzt für Urologie in Bad Kreuznach zusammen mit seiner Frau und später in Bad Dürkheim. Nach dem Wechsel in die Chirurgie und Urologie, etwa Mitte der 30er Jahre, führte er keine kardiologische Diagnostik mehr durch. Hier im Bild aus dem Jahr 1959 sehen wir Werner Forstmann rechts mit dem damaligen Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen, beim Bundespräsidenten Theodor Heuss in Bonn, damals in der Zeit des Wirtschaftswunders, alle gut genährt und mit Zigarre. Der Franzose André-Frédéric Cournot 1895 bis 1988 und der amerikanische Physiologe Dickinson Woodruff Richards 1895 bis 1973 bauten auf seinen Herzkatheterversuchen in New York auf. Mit Cournot und anderen kam er ab 1951 in Kontakt, er knüpfte Verbindungen und erhielt Ehrungen. 1956 erhielt Werner Forstmann mit erheblicher Verspätung zusammen mit Cournot und Richards den Nobelpreis für Medizin. Werner Forstmann wurde Honorarprofessor, erhielt weitere Ehrungen und war von 1958 bis zu seiner Pensionierung 1969 Chefarzt für Chirurgie in Düsseldorf. Mit seiner Frau Elisabeth, einer geborenen Engel, die er 1933 heiratete und die ebenfalls Fachärztin für Urologie wurde, hatte er sechs Kinder. Ein Sohn entwickelte als Physiker die extrakorporale Stoßwellen-Lithotrypsie bei Dornier mit. Ein weiterer Sohn wurde Professor für Anatomie in Heidelberg. Werner Forstmann starb am 1. Juni 1979 mit 75 Jahren an einem Herzinfarkt, ausgerechnet an einem Herzinfarkt, in seinem Altersruhesitz in Schopfheim bei Lörrach. Zum Werk von Werner Forstmann und zu seiner Wirkung. Nach seinen mutigen und lebensgefährlichen Herzkatheter-Selbstversuchen 1929 führten nur noch einzelne Ärzte solche Untersuchungen durch und dabei auch die ersten intrakardialen Messungen. Die Methode geriet fast in Vergessenheit. Die Co-Nobelpreisträger Cournot und Richards recherchierten seine Publikation, bauten darauf auf und maßen 1945 das Herz-Zeitvolumen mit dem Rechtsherzkatheter. Hier im Bild ein moderner Rechtsherzkatheter. Nach 1949 gelang es Cournot als erstem, einen Katheter bis in die Lungenstrombahn vorzuschieben. Weiteres zum Werk von Werner Forstmann und seiner Wirkung. Ab etwa 1940 setzte sich die Methode der Herzkatheterisierung weltweit durch und wurde durch die Angiokardiografie mit Röntgenkontrastmitteln ergänzt. Die Methode ist heute diagnostischer Standard und hat unzähligen Herzkranken das Leben gerettet. Bereits Forstmann hatte damals mit Kontrastmitteln experimentiert. Ganz im Vordergrund steht die Herzkatheteruntersuchung heute als lebensrettende Notfallmaßnahme bei frischen Herzinfarkten. Dabei kann im günstigen Falle das verschlossene Gefäß wieder rasch genug eröffnet werden und es verbleibt am Herzmuskel kein dauerhafter Schaden. Ohne Behandlung verlaufen bereits 30% der ersten Herzinfarkte tödlich. Im Folgenden ein schöner Film des ZDF bei Terra X über die Entstehung eines Herzinfarktes. Ein Herzinfarkt kommt plötzlich oder kündigt sich ein bis zwei Tage vorher an. Der Ursprung kann eine koronare Herzerkrankung sein. Dabei kommt es zu Durchblutungsstörungen der Herzkranzgefäße. Diese versorgen das Herz mit Sauerstoff und Nährstoffen. Der Blutstrom wird durch Kalkablagerungen in den Herzkranzgefäßen gestört. Diese Arteriosklerose kann im schlimmsten Fall zu einem Herzinfarkt führen. Die Ablagerungen brechen auf und blockieren den Blutfluss. Nach einigen Minuten sterben Teile des Herzmuskels ab, weil die Sauerstoffversorgung ausbleibt. Ein Herzinfarkt wird begleitet von Angstzuständen und starken Schmerzen. Er kann zu einem lebensbedrohlichen Kammerflimmern führen. Die Pumpleistung ist gestört. Das Herz versucht mit immer mehr Schlägen den Blutkreislauf aufrecht zu erhalten, bis es versagt. So sieht es heute aus. Ein Herzkatheter mit einer Corona-Angiografie, also mit Kontrastdarstellung, dieser zarten Herzkranzgefäße bis in die Peripherie. In diesem Fall die linke Kranzarterie mit zwei erkennbaren und gefährlichen Engstellen. Die Drahtschlingen am Brustband sind eine Nebensache. Und heute kann man auch etwas machen, kann man helfen, therapeutisch etwas tun durch den Herzkatheter. Auf der linken Seite eine Corona-Angiografie, in diesem Falle der rechten Kranzarterie. Sie ist verstopft, sie bricht plötzlich ab. Die Folge wäre in kurzer Zeit ein großer Herzinfarkt mit allen Folgen. Auf der rechten Seite das Bild nach einer erfolgreichen Corona-Angioplastie, PTCA. Also einer Wiederherstellung des Blutflusses. Das geschieht durch einen Ballon, der unter hohem Druck aufgedehnt wird und das Gefäß wiederherstellt, in den Händen von geschickten Kardiologen. So können die Folgen eines Herzinfarktes vollständig vermieden werden. Ab den 1970er Jahren verließen die Herzkatheter den reinen diagnostischen Raum und brachten therapeutische Hilfe. Es wurden Ballonkatheter entwickelt. Hier im Bild ein solcher Therapiekatheter mit einem Ballon in der Mitte und einem darübergezogenen Metallgitter-Stand, auf Deutsch eine Gefäßstütze, für die Gefäßinnenwand. Mit diesen Ballonkathetern konnte man krankhaft verengte Gefäßabschnitte durch Aufblasen des Ballons, allerdings unter starkem Druck, weiten und wieder eröffnen. Die PTA, die Percutane Transdominale Angioplastie, das Prinzip der Bougierung, der Aufdehnung nach dem Amerikaner Charles Dotter. Hier noch einmal ein Schema dieser Maßnahme, die so einfach aussieht, aber in Wirklichkeit natürlich sehr kompliziert und an mehreren Stellen durchaus gefährlich ist und erfahrene Kardiologen verlangt. Zunächst oben das verengte Gefäß mit den Ablagerungen an den Wänden, dann wird durch einen Katheter mit einem Druckballon, der erst an die entsprechende Stelle geführt werden muss und unter sehr starkem Druck, das Gefäß wieder aufgedehnt und die Ablagerungen an die Wände gequetscht komprimiert. Links im Bild. Auf der rechten Seite das gleiche Vorgehen, aber das Gefäß wird anschließend noch gestützt, stabilisiert durch einen Metallgitterstent, davon gibt es auch verschiedene Modelle, auf Deutsch eine Gefäßstütze. Der erste, der sich daran wagte und 1977 in Zürich zum ersten Mal eine solche Dilatation einer verengten Herzkranz-Arterie durchführte, damals noch ohne Stent, aber erfolgreich, Das war unser unvergessener Kardiologe Andreas Rodan Grünzig hier im Bild. Er wurde geboren 1939 in Dresden und starb 1985 mit seiner Frau bei einem Flugzeugabsturz in Forsyth, Georgia, USA. Zum Abschluss sind hier die Nachweise von Bildern und Literatur. Ich verweise auch auf die übrigen Kapitel. Dieses bunte Kaleidoskop an Ingenieurwissen und Naturwissenschaften soll unseren Horizont erweitern und unser historisches Bewusstsein stärken. Denn es waren unsere deutschen Vorfahren, die sich genial, tüftlerisch und wagemutig gezeigt haben. Dr. Hans-Jürgen Alexi guh Trögen r